Euer Hallo na Moin Freunde, was geht ab? Es ist soweit Hand of Blood Ihr wolltet es, ihr bekommt es Hand of Blood Dann gucken wir uns das einfach an Genau, wir fangen jetzt an So nicht alles, aber vieles Wir gucken uns noch einige Videos an, die wir verpasst haben Und wir fangen heute an mit Rüdigers Druckbetankung Gas Station Simulator Simulator Games und Hand of Blood Das passt eigentlich auch immer akkurat Ja, wir haben eigentlich Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass schon der Farben Simulator da draußen ist Weil ich habe auf Instagram gesehen, dass Er und Kalle wieder rein Wurde wieder wild aufgenommen, oder was? Ja, ich habe nur die Bilder gesehen, wie sie da so stehen Aber es ist leider noch nicht online, also deswegen gehen wir erstmal hier rein Genau, auf geht's Wir gönnen erstmal ein bisschen Werbung Ja, Wahnsinn So, in diesem Video wird der Konsum von Alkohol übertrieben dargestellt Es wird lediglich eine Rolle gespielt In diesem Sinne Ich trinke hier auch Cola Ja, ich habe auch hier Ist auch Cola Das ist die spezielle Cola Hier ist nämlich der Gründervater der Cola Der hieß Captain Morgan, oder wie hieß er? Nein, das war Captain Cola Achso Ja, und ich habe Fledermaus-Cola Achso Oh, die perlt aber Ne, die ist immer so Ach, ich weiß, aber die perlen Oh Das ist das Intro von dem Game Das ist ja Heizmaule Das ist richtig gut Ja Das ist Das 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 sieht man auch öfter Das sieht man auch öfter Schrauben, um mir einen Lachse wieder auf vorne anzubringen So So Das ist mal Am Abendbrot Zum Wohl Ja Zum Wohl So So Hättest du mich um hier Zur Meine Tankstelle Honey Zeig euch mal eine kleine Rache Über mein Leben Die Tankstelle betreiben Ich bin ja Rüdiger Ich bin auch dabei Ich muss sagen Also die Rolle Holt mich schon ab In der Tankstelle Im Nirgendwo Ja, das ist doch top Ist doch super Im Nirgendwo Also Das hier läuft Ist doch eine Frage Oder Ja Ich muss wirklich Also Muss ich jetzt schon sagen Hand of Blood macht viele Rollen Aber die Rolle holt mich ab Die holt mich Also mit Mit dem Polizeigeschichten Ist die Also gerade Ganz weit vorne Eieiei Und er denkt sich nur so Okay, wo geht los Wah Die Tankstelle Die habe ich Zur Sicherheit Immer Tastrüber Fernadeln Immer weg Hier Die Scheiße Ganz Viehzeug Hier So Oha Scheiße Hier Halt die Schnauze Das hier Das hier Jetzt hier Da habe ich nur Einkaufswagen von Penny Um die Ecke Mitgehen lassen Folge dem Hochspannungskabel Kriegen wir den Strom Ja Ich will jetzt erstmal Den Strom einschalten Ego Die Leitung ist ein bisschen Im Asch Das ist schon als erstes Ah ja Hier Guck mal Dann schmeißen wir es wieder an So Jetzt gehen wir mal zurück Zur Zange Aber ich muss vorher noch In den Anruf entgegen Nehmen In der Telefonstelle Oh Er ist ja auch Schöner Anruf Ah ja Schön War ja was Ich werde dir helfen So gut wie ich kann Okay Gut ist auch Dass die nächste Aufgabe Leset die E-Mail Auf dem Computer Also in dem Bums Ein Computer finden Also ich glaube Er hat sich mit Er hat sich wie so ein Acharmiger Mit Gerhard Ein reingehoben Aber richtig Die haben sie Acharmiger Mit Gerhard Ein reingehoben Ein feiner Feierabendrunken Auch mit Gerhard Jo Meinem guten Morgen Lecker Hast du alles Fertig ist Die Präsent Einfach regelmäßig Ein paar E-Mails Das reicht Danke dir Kollege Also viel Spaß Tschüss So hier mein Rechner Windows 95 E-Mail Vergiss nicht Gewinn zu erwirtschaften Fangen wir Der Sanierung An Zapfsäule Ah Zapfen Na klar Ich soll immer hydrät bleiben Er heißt Rudy Ach da ist die Noch eine Echt hell hier In Alaska Oder wo ich bin Was fliegt der hier so tief Oh dahin ist der New York City So hier ist der Bagger Oh der Bobcat Wir gehen nochmal Der Bumsier Ey So dann spinnst du Ich brauche Einbeziehung Zwei Meter Gefahren So Auf Wiederbein Erledigt Schön So hier ist einer Sand abgeladen Jungen Warum geht der nicht weg jetzt Ah Mutter kühlen So und jetzt Lade ich hinab Sand Diposel So öffne die Tankstelle Für Kunden So Grundschaft Oha Also hier können wir jetzt die Leute tanken Der will nicht Öffne auf dem PC Ja Lieferung Kaffstoff 100 Liter 100 Liter So da kommen die Kollegen von der Öllieferung Ach du Scheiße Ja genau das ist mein Tank hier Moin Oh Juni Schmeidig Ohohoho Hoppala So hört sich gut an Ja thanks dir Ich würde gerne mal ein bisschen Arcade jetzt zocken Ich glaube 200 Dollar Und das waren jetzt wie viele Lieder So Abfahrt Durchfahre alle Kontrollbälle Abfahrt Was Scheiße Ja Wann kommt der erste Kunde Oh da Oh ich stehe schon mal bereit Greifen Sie die Zapfpistole Mit der Kuhne Wade Einmal voll machen bitte Ja Super bleibfrei Oder plus Eco fresh Er würde jetzt genau auf dem Strich Und fahren Voll gemacht Das mal auf Zum nächsten Mal Ja Kaufe Müllsacken Nimm ich die Hand Nee Rauke ich die Hand Kaufe Müllsacken Nimm ich die Hand Nee Kaufe Müllsacken Nimm ich die Hand Nö Du wärst trocken? Wie viel klingelt ihr seit 38? Sieh dem auf sein. Der Manfred hat ja letztens bei dir getankt und gemeint, bei dir sieht es aus wie Scheiße. Du solltest es da mal aufräumen, ansonsten bekommst du keinen mehr Kunden. Ja, 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 mach ich. Ich muss da mal weg, fahr auf zu trinken und bleib gesund. Danke, Tschüssi. 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 Ruhig gut aus. Ruhig geil. Sieht schaiße aus, Digga. Ruhig mal auf hier. Rein damit, in den Pult, in die Teekanne, braucht keine Appel. Hau den den mal hier in die... Oh Scheiße! Fast hätte sie hier wieder alles zerteilt. Großmö... Alte Möbel wegwerfen. Wegschmeiß. Hier so, die scheiß Tonne zum Beispiel. Mehl. Woppa! Aaaaaaah! Schlückchen für die Schmerzen. So. Was war das Nächste? Wir müssen reinfeuern. Oh! Äh, das ist eine Scheiße! 3er! Jetzt? O齁, Maschine! Puh, Puh, R Пр Hi. Ahaaaah! Ahahaha! 3er! Oh, Maschine! Puh, Puh, R R R R I. Puh, Puh, R R R R I. Toopie Brian Toopie Brian Toopie Brian Toopie Brian Toopie Brian Toopie Brian Warte mal, hier Oli Herr Oversa, Iain Hallo Herr Oberwachtmeister, Sie wünschen Sehr gern 15,43 Awesome Awesome tschüss er hat nichts gemacht das ist ein besen, wir brauchen ein besen schönen schrubber die ganze sandige schadig jetzt bestell ich mir ein mobiltelefon die müllabfuhr die beruhung müllabfuhr ohne weg dennis dennis du schon wieder willst du, dass du ein gewinnst du kleiner gehäuber ey wo bist du du spielst ja meine fände du kleine pestbeule der hat genug scheiß dennis oh da kommt die müllabfuhr moin aberlelele hast du leer gemacht? da ist aber noch kram drin gut egal oh ich komm gleich hallo hallo rüdi ich bin es wieder jo hast du schon aufgeräumt? hab ich gemacht jo müllabfuhr, wer grad da ist aber es ist so lang im dorf erzählt man sich rum dass die tanke immer noch kacke aussieht erzähl man sich das? meinte dennis du solltest mal ein bisschen Farbe an die Wand streiten na gut na klar mach ich ich muss weg tschüssi tschüssi oder der kleine drecksblatt hatte ich ja von außen nicht ganz so scheiß weiß ne braun der kleine foch ah ich muss das da drin halten oh scheiße so blitzeblank ey scheiß Katzen ich hasse Katzen so alles gut das ist ja das fühlst mir der heute absolut bra äh sind sie betrunken? nein bin ich nicht wir machen jetzt mal alle Wände so dann ist die Bude auch wieder wie neu hey guck mal den Laden hier noch warum ist der jetzt wieder weiß wie im weißen Haus hier oh der passt das passt schon jetzt muss ich irgendwie diesen Kopf auch mal aufbrechen na guck mal wie ein schöner Dietrich ah scheiße scheiße nein ey so ne scheiße wie die das denn das mach ich auf ha 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 das bauele Gemälde das hängt euch jetzt hier auf uuuuuh keine Regale so klar eine Rischung Alkohol ha ha dann haue ich hier jetzt Regale also an sich ist ja ein chilliges Game ne ja also an sich ist also mit ganz neutral betreffend ist es ein chilliges Game so erst mal hier eins und dann habe ich noch ein größeres so flüssige Parkplätze ich kaufe ich jetzt einfach mal einen Parkplatz der einzige Braufe der Parkplätze ist wenn diese kostenlose Onkel hat ihn vollständig bezahlen muss nur den Stand befreien wo ist der Bagger Rudi Rudi so hallo hallo ja abwart hab ich keinen Kraftstoff mehr au ja dann nicht wirklich halt so die reagieren von dem machen wir jetzt weg uuuuuh pass abgefackelt uuuuh uuuuh und weg so 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 da habe ich einen Nice! Hier ist schon wieder im Kessel. Moin! Ja, wie läuft's bei meinem Lieblingsneffen? Hör mir mal zu jetzt. Du hast echt genug Zeit gehabt, um die Tankstelle aufzubauen. Ich will langsam mein scheiß Geld. Und dir ist völlig egal, ob Familie oder Geschäftspartner, ey. Wenn das Geld nicht da ist, gibt's Probleme. In fünf Minuten will ich mein verdammtes Geld. Was ist Lenny los? Mit den Kunden an der Kasse. Ja, gerne. Ey, haut schon wieder rein. Oh, die Bulle. Moin, Herr Officer. Ich füll voll. Ich kann jetzt nicht so schnell so viel Geld verdienen, wie der Lenny will, ey. Ich wurde übrigens bedroht, Herr Officer. Von Lenny. Halt die Fresse! Ich hab keine Zeit, um mir dein scheiß Gelaber anzuhören. Warten Sie doch. Warten Sie. Ich hätt gern... Hallo? Ey, verpiss dich! Runter jetzt! Hilf mich, ich werde bedroht von Lenny! Sofort! Nein, ich werde bedroht von Lenny! Ich soll ihm irgendwie Kohle geben, die ich nicht hab. Und er hat mir nicht geliehen. Verpiss dich! Das wird noch nackt viel haben! Die Schmuck! Jo! Moin! Wollen wir was kaufen, schöne Coca-Cola? Äh, wir müssen doch was kaufen. Haben sie jetzt nur in den Dreck weggeworfen? Ich hoffe, es erschwillen sie. Ja, geht klar. Okay, ich krieg das hin. das was umsonst bekommen scheiße digga wo sie noch was kaufen ich hab's ihm vor früher dann brauche ich schutz ich habe alles rein also kriegen alles umsonst alles umsonst bezahlt ist darlehen am pc ich hab das nicht mehr habe ich nicht was war das mit dem spiel Ich hab das Geld nicht. Es wird lang. Er war ja nicht weit weg von den 5. Echt man, ne? Also, Leute, das war ein sehr wildes Video, muss ich sagen. Schaut mal Head of Love vorbei. Kuss geht raus an den guten Mann. Wuhu! Wuhu! Stark!